Musik Damit geht's weiter bei Limbo Wir stehen hier unter dieser wunderschönen Lampe Im Rampenlicht quasi Und es geht weiter Und erst das Ding hier Ich spiel nicht noch ab Okay, komm ich da hoch Nein Gut Also hier schaff ich es auf jeden Fall lockern Ich stehe hier zum Den ich nicht bewegen kann Schon so eine Bedrückung der Stille in diesem Spiel Kann ich ja sonst noch irgendwas mit ihm Nö Perfekt Achso Achso Jetzt habe ich einen Tiefen Alles klar Perfekt Ich müsste es ja theoretisch jetzt schaffen können Ach perfekt Ich bin nicht aufgehoben Jetzt bin ich der Tiefen Okay Okay, das ist fast Alles klar Alter Schreckung nicht so Das ist schon wieder nicht im Magen Ich gehe erst mal mit Okay Ich gehe doch nicht da unten Aber hier ist schon wieder Dem Vieh kann ich doch hier schon mal Gar nicht ausreichen Ja Und da sind wir wieder zum Und werden wieder sterben Perfekt Die verhindern wir es Und wir können hier was mitnehmen Hm Das irritiert mich schon wieder hart Nee Geht aber nicht Ich habe bestimmt wieder irgendwas Dämliches übersehen Ist das hier da einfach ein Seil Da ist ein Seil Aber das kann ich nämlich packen Ach so Den jetzt aufschieben Schaffe ich das nicht noch Okay Verstehe Hm Nee Ich meine Ich starte auch hier Also das muss ja hier irgendwas schon sein Dann bleib ich ja da hängen Nein Ich bin idiot Gut Ach du Scheiße, machen wir auch kurzer Schraubendreher. Ok, jetzt geht wieder in die Höhle Richtung. Gucken wir auf. Auf die Leute. Auf die Höhle. 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 Nein. Wechseln wir in die Richtung raus. Zurück gehts. Schnell. Oh nein. Oh nein. Ok, ich bin hier. Ich bin sechs auf die Richtung, ist klar. Zack. 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 Bäh. Zack. Bäh. Wenn ich entschuldige will, ich will nicht erst laufen jetzt. Der entscheidet sich jetzt in der Grundverdammte Richtung zu ändern. Hier ist ja eh nichts, wo ich drauf schwimmen könnte. Ich springe. Achtung mal da. Okay, ich muss also... Erstmal wieder so bleiben nach rechts, äh, nach links, dass ich dich rechts bewege. Damit ich auch hier auf diese dort verdammte Ding kam. Das ist aber auch anstrengend hier, du. So, schnell weiter. So, nach links, zack. Gut. 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 Zack. Hoch und hoch und weg und rechts. Da geht es mir nicht weiter links und schneller. So, und jetzt rechts. Zack. 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 So. Zack. Jetzt heißt es war. So. 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 Ich bin so doof. Ich bin so doof. Oh. Verzeiht mir dieses Problem. Und wieder schnell um rechts. So. Das bringen wir jetzt bis zu Ende. Und dann... Und dann... werden wir diesen Teil beenden. Und... machen dann vermutlich noch den nächsten Teil. Aber natürlich... ...jumpen wir hier jetzt noch durch. Ich bin so doof. 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 Wo soll ich das? Ja. Rechterchen. Läuft bei mir. Lieber weiter abfahren. Okay. Jetzt sind die... Oh. Na kommt. Ich bin so doof. So. Dann fangen wir hier für diesen Teil wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau.